Was wollen wir machen? Er hat irgendwas von Train Station gesagt. Nicht Train Station! Nicht Train Station! Dann lass Dekames tun. Train Station? Train Station mag ich nicht. Aber ich kenn das. Bei mir ist es manchmal auch so, dass Twitch mir sowohl die Kategorie falsch anzeigt, als auch der Titel, dann ein Titel ist, der glaube ich vom Tag davor oder so war. Das habe ich nämlich letztens auch bei irgendjemandem gehabt und war auch so, hä, warum ist denn das Schelling, warum ist denn der und der Titel? Hab lange nicht mit dir gespielt, gesprochen. Hab ich, hab ich... Ich glaube, ich hab wieder Internet-Lex, oder? Ich hab's jetzt nicht rausgehört. Oh-oh. 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 So schlecht. Dankeschön. Wir 13 Monate, Risa Betts, wir kommen zurück. 13 schon, L-O-L. 13 schon, crazy. Ein Jahr und einen Monat, Dankeschön. Einer landet auf der Kirsche. Ihh, dann bin ich ja rot. Ja. Ihh. Ihh. Jetzt haben wir ein bisschen spüren, aber ich stell dich mal nicht so an. Einer ist auf der Kirsche. Oder bei der Kirsche. Was ist das? Was läuft da draußen rum? Braucht jemand ein Wangenpolster? Ne Wo war der? Bei der, außer an der Kirche Tot? Was sind? Maschine ey Maschine Die Tommy Gun Maschine wieder Also ja Der hat mir sogar Sachen gebracht, die ich kaufen kann Das ist toll Hast du noch eine Bolt? Äh ne Danke für den Resub Mann, wie geht's dir? War hier ein ganzes Team gelandet oder? Ne ne, also der war alleine und ich habe auch nur den gesehen Ja Also wir sind hier free erstmal Ist man vierfach? Boah, hier war ja alles in der Garage, lol Das war die krasseste Garage ever Oh, hab ich grad nicht so krasse Garagen Hähä Oh noes, ja dann ne gute Besserung Haben wir es weit, kann jetzt jemand gucken Ich hab gesagt in die Runde Komatöser Thekenkrieger No Also anderthalb Planquadrate Ich hab ne neue Lieblingsdrink übrigens Chat, wo ich hier gerade Thekenkrieger lese Und zwar Also eigentlich ist nicht weit Äh, gibt's hier ne Bar, die macht ähm Äh, das heißt Ich mach ein bisschen ansteig Honey Lemonade Oder ne Whisky Honey Lemonade Das ist Honig Whisky Mit äh, ja Limonade halt Also mit so ner, mit so nem Zitronen Wie so Sprite Also nicht Sprite Das ist eine andere Marke Der hat mir extra die Flasche gezeigt Und am Anfang dachte ich so Hm, okay, mal gucken Habs du einfach mal bestellt und probiert Und das schmeckt so lecker Das ist so geil Ne, Seven Up war's nicht Es sah aus wie ne, kennt die Gary? Aber es war nicht Gary, es hieß anders Es sah aus wie ne Gary Flasche Klingt sehr süß Es ist sehr süß, ja Aber es schmeckt unfassbar geil irgendwie Ist aber auch nicht zu süß Es ist irgendwie so ne Es ist sehr geil einfach Also ich war auch am Also ich bin, ich probier mittlerweile ja auch gerne was machen Ich hab nur noch nicht geschafft, mir die Patchnotes durchzulesen Was gibt's noch so Neues, Interessantes wieder? Tja, würdest du mal auf Socials followen? Würdest du jetzt alles wissen? Hätte ich auch nicht geschafft zu lesen Na klar, es ist zusammengefasst extra Für genau solche Leute wie dich Sogar Videopomat Ah egal, darüber rede ich jetzt nicht Ich bin wieder sauer hier Unglaublich Also nichts Ich bin auch bei dir auf dem Discord Was für Discord? Ja was für Socials meinst du denn? Alles Sogar in Discord ist es Scheiße Ja, siehste Habe ich also nicht geschafft Naja, aber du musst ja halt auch draufklicken Hast du nicht geschafft Ey, ich weiß wie das klingt, ja Also ich verstehe die Reaktion Ich war auch am Anfang so, hä? Aber ich hab's probiert Ja, jetzt hast du den Salat Und das war wirklich Also es war wirklich lecker Ne, den hab ich schon aufgegessen Gerade Ja, aber jetzt hast du noch einen zweiten Ich trinke auch sehr gerne Whisky Sour Ich bin also, ich bin jetzt kein krasser Whisky Connoisseur Überall, überall Aber Whisky General mag ich sehr gerne Sogar im Chat als Command Deswegen war ich auch erst mal so, hä? Und dann dachte ich mir in dem Abend Fuck, fuck, ich probiere das jetzt Und das war wirklich lecker Und das war wirklich lecker Und das war wirklich lecker Nee Also mir geht's eigentlich gut Von mir aus können wir schon fahren Ja, von mir aus auch Also ein Dreier-Rucksack würde ich noch nehmen Nehmen wir jetzt Dingsi oder fahren wir? Haben wir ein Dingsi? Ich hab ein Dingsi Ja, dann lass doch Dingsi Wollen wir ein Dingsi Wollen wir ein Dingsi Gemeinsam, aber? Ja, lass mal Dingsi Okay, dann lass das Dingsi Hat jemand Folded Schild gesehen? No, ich glaub nicht Baust du auf? Da liegt das Hier liegt das mitten auf der Straße Aber warte eigentlich noch Moment Warte Bitte noch eine Minute Lass es einfach Ich mach es gleich Wir müssen Oh, ich hab Folded Schild gefunden Guck mal Weißt du, wir fahren jetzt direkt hoch? Nee, nee Wir warten noch eine Minute Und dann bauen wir das auf Das Lamm-Gener Damit es von Tanya besser ist Das merk ich mir mal Das merk ich mir mal Steht auch in den Patchen Und es gab den einen Scherz Doch, da steht auch in den Patchen Der Spitzheitsmixer Ja, der also wirklich Sehr, sehr lecker Da ist ein Timer dran Ach so, das da Ja, stimmt Oh ja Da habe ich meine Ginli beendet Steht auch in den Patchen Aha Hast die Patchen uns nicht gelesen oder was? Scheiße 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 Hey, lass die Finger davon hier Geh weg Ich mach doch gar nichts Ich warte bis du aufbaust Die ist noch erweitert schneller eher Oh ne Scheiß, Franzi Oh ne Scheiß Sei ehrlich, du wolltest Stocki Wenn... Hör auf Franzi Stocki weg, aus Was? Oh jetzt sitzt er da gerade so ruhig Ich hab ihn gleich Jetzt wär ungünstig, Stocki Ich hatte gestern schon gefällt, das könnte mir keiner beantworten, vielleicht weißt du das, äh, so Lux? Das mit den Smokes, ist das inzwischen gefixt? Ich spiele aber, das ist zu selten, PUBG, was denn? Mit den Smokes und dem Durchgucken Ne Immer noch nicht gefixt Ne Du siehst es doch Ne Wenn du hin und her gehst, dass du die Schattierung siehst Ne Das seh ich bei mir nicht Dann, äh, solltest du vielleicht dir einen besseren Sheet runterladen, Digi Den Franzi-Sheet Franzi-Sheet Mhm 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 Sie kann durch Bäume schießen Mhm Habe ich heut gesehen Mhm Auf Geld Stimmt, sie hat auch durch Smokes geguckt, jetzt wo du sagst Mhm Oh ja, durch die Smoke heute Ja Mhm One-Shotted direkt Ja Ja, ja Also Die olle Cheaterin, die Wir warten mal ganz kurz die Zone ab Cool und witzig wäre natürlich die Stelle, weil wir da hin und her hoppen können Ja Laveni wurde einer wieder geholt Ah Laveni wird einer wieder geholt Ah Okay Aber lass noch abwarten, bitte Ich habe auch ein Schild dafür Hier gibt es einen Clip von Oh ja, sehr gerne YouTube abchecken, Chat Habe ich das Addon hier nicht drin, doch, oder? Überführt Ähm Gerne mal reinfolgen Und wir werden nicht abspringen jetzt Und Lieferkopf in die Kammern scheint heute raus, geil, Alter Halt Halt Weißt du schon, was markiert? Okay Harder eigentlich Hm Wir können natürlich auch so richtig dreist sein und hier hoch auf die Teile gehen, ne? Wollen wir das machen? Äh Auf Gelb Achso, ja, ganz da oben Ganz da oben Ganz da oben Aber schaffen wir das, wenn wir nicht zu tief? Wir können ja dann runter fliegen, Fuhren Oh, da ist einer am Landen Aber der hat verkackt Der verkackt's aber Der hat's verkackt, lass da hin Ich verkack das auch Nein, du musst nur SRG halten, schwöre Er hat's verkackt Ey, die werden das doch niemals checken, dass wir dasselbe gemacht haben Ich verkack's Warum verkackst du's? Wo bist du denn? Äh, er fuddel, ey, fängt da schon wie Fischi an Ich verkack sowas immer Dann lande hier zwischen Kannst du auch Du hast es doch locker geschafft, du Oh nein, er landt fast ins Loch, ey Du bist so ein Laberkopf, ne? Okay, wenn wir den einen lokalisieren, egal wen, lass uns bitte gemeinsam schießen, damit wir den auch knocked und flushed haben direkt Der eine war nämlich hier auf gelb Was war denn das? Da war doch noch Boden! Das ist ne Frechheit, wirklich Franzi Also das ist ne Frechheit Also Franzi Können wir das bitte klippen, da war Boden noch Also, ey, Mann Ich bin durch den Boden gefahren, hallo Du bist durch den Boden gefahren Ja, doch Ja, ganz ehrlich, ne Ja, sicher Komplett Ja Ich wundere da mal Boden Ja, wie, Franzi, troll Ey, jetzt fall bitte nicht noch weiter runter, okay? Nein, 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 ich bleib hier, alles gut Danke, ja Ey, mach mich fertig, ey Ja, was für das ist so, Lux, Mann, das ist Franzi Da war noch ein Träger, ja, richtig Oh, hier ist er Nur als Info Seht ihr den? Aber nicht schießen jetzt Der geht jetzt da leider rein Ehm Der ist jetzt hier auf Neugelb drinnen Ihr müsst halt beobachten, wo die sind, das waren mindestens zwei Das ist der M24 Achso, eigentlich M24 Wo ist nicht runterfallen, so Lux Also, äh, ganz großer Unterschied ist M24 hat weniger Bullet Drop, macht aber auch weniger Damage Als sie kam Dem Franzi? Dem Franzi Hey, deutsche Sprache manchmal schwierig, vor allem wenn du mit Franzi spielst Guck κο Das ist das leichte Ziege Der Leichte Die Leichte, das Leichte Der Leichte Hör doch jetzt auf damit da ist er ja schieß doch noch jawohl lass doch sein mate kommen damit er smoked und ihn durchhörst genau dann werfen wir da ne Nate rein ich hab meine Bizeps geschrumpft bei blau wo ist blau der hat aber nicht geschossen hat noch einer geschossen oder ich weiß nicht hier ist noch einer blau bei orange einer rein so bodenlos hier hinter ja ist wieder reingelaufen das hat gut kassiert haben wir noch jemand gesehen eventuell die marian theoretisch müsste er für die chips für den chip gehen der war da ne der rennt wieder rüber rechts rein ne ich meinte den chip oh da kommt ein Fallschirm wo 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 ja über den marks no way das ist ein kollege deswegen sind die hier oh es könnten welche auf uns landen aufpassen ja die sind auch dran die kommen zu uns tu so als ob du es nicht siehst schauspieler schauspieler sei schauspieler so siehst du den auch vor mir die kommen gar nicht zu uns was ist das denn oh der eine kassiert shots oh mein gott der ist down und einer ist hier siehst du den und einer ist bei orange drin und einer an der mauer da unten piekt wieder ich treffe ihn nicht hat einen hit kassiert aber auch naja nächster hubschrauber nur noch einer dran was macht der der ist in der luft ganz oben der kommt zu uns siehst du ihn ganz oben ganz oben lass ihn mal wir schießen einfach nach unten weiter bisschen aus spaß ein bisschen Schauspielerei hier der hat sich wieder hingelegt warum schießt der ihn nicht zurück? okay da oben franzi ja mir gehts gut von wo kassierst du? vom blau aus dem fenster raus da hat ein bodyshot kassiert da war schon der dritte bodyshot jetzt wo ist jetzt da über uns der typ der ist immer noch oben hast du siebener? nein ne ne der sitzt links jetzt am fenster meine weste ist fast da oben wir müssen irgendwann jetzt springen ne? hat Hit im fenster wir müssen nicht hier springen wo schießt er welches fenster? rechtes fenster sitzt aber links wir müssen irgendwann springen ich springe jetzt schon ich bin unten du kannst dich gleiten lassen da hat noch einer geflogen da landet hier wir sind auch nicht fokussiert das ist ein ganzes team die werden mich pushen ich brauche definitiv Hilfe auch ihr seid nicht zu mir geflogen oder was? ja ich war vor dir unten ich habe doch gesagt du kannst segeln du kannst segeln ich bin runtergesprungen die pushen mich schon ich bin auf dem weg bei orange noch einer noch bei mir hier ist einer close bei orange bei blau zwei noch einer noch stark franzi der bei orange ist noch alle down der hat ein self-aid gehabt also das nächste mal einfach runter segeln da bist du direkt bei mir ne ne ich wollte ja noch die 5-Hormon-Ila looten da wo wir den einen vorhin geflasht hatten wo ist denn der von orange hingewahren? die hat sich einfach versteckt achso ja ja danke für die Clips auf jeden Fall die sind wichtig als Beweis jetzt finden wir Muni bei mir auch was also das war frech da habe ich nix mit zu tun kommt Fishy Fishman heute eigentlich noch ne der hat leider heute noch ein bisschen zu tun da haben die keine 7-Hormon-Ila also für Sachen ohne stream Reels schneiden und so der hat sich für Heule abgemeldet aber ich soll lieb grüßen Hallo Megaboy Servus der Frank gezockt das eine Team liefert hier orange klein ungefähr die sind schon längst durchmarschiert die hatten schon ihren Fall das ist einer der Berge ich glaube der Linken ist besser ich glaube der Linken ist besser ich glaube der Linken ist besser weil der Rechts ist halt ein Bär ich weiß nicht ich glaube da sollten wir vielleicht rechts ist ein Bär ehrlich jetzt auf Blau ja hier ist einer hinter dir hinter dir hinter dir hat sich hingelegt ich lieg safe der kriegt grad von woanders ich schlieb hier noch senke ja das Problem ist die schießen von der Seite aus aber ich versuche mein bestes dich zu smoken weißt du smoke raus weißt weiter smoke beziehungsweise nate kommt auch raus ich geh zum äh wir pieken davon hier links musst du aufpassen du musst mehr smokes werfen einer hat hit einer von euch beiden muss schon heben naja ich bin aufm Weg Puder Alter machen wir nicht so viel Druck sind drei Leute auf uns am Helm ne wegen der Zeit wegen der Zeit die Zone gilt nicht doch erst hört er nicht zu und dann redet er über Zone wir haben rechts der Bär ist tot ich habe übrigens Zero Heal fällt mir gerade auf ui aber hauptsache Muni das ist wichtig also hier unter uns ist einer mit der Goser hat jemand was für uns über kann sein dass das ein Solospieler ist äh ja komm her gib dir danke ne achso äh musst du rollen achso einer knockt unter mir oh nice pass auf rechts von dir ist einer mit der Goser na der hat einen Bär getötet da ist immer noch ein Bär ja links ist hat er durchgepusht ja der Bär hängt aber fest rechts theoretisch ach da drüben ist auch noch einer hier close bei dir ist auch noch einer Franzi ne ja 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 den warte kurz ah scheiße du schießt die auf gelb an right Franzi hat noch kassiert Franzi ist aber safe right ich geh hin ja hat Headshot der Franzi genockt hat ja ich lieg hier hinterm Stein jetzt war es mit meiner Wester leider das ist ein cooles Finale irgendwie ne also so die Stelle für die Bär ich glaube wir müssen like this pushen glaube ich ja wenn ihr da fertig seid kommt ihr dann mein Waypoint quasi ja hallo Mirage was geht und hallo Chris Mo hallo die haben absoluten high ground die sind komplett auf gelb und ich hab den auch deine 5 Booster wieder gelegt die werden gleich auch attackiert auf jeden Fall irgendwann ich weiß noch nicht wann ich hab sie kriegen die ersten Shots ab ja die haben einen genockt einer knockt bei mir die wissen nicht von wo mein Kollege ist hier vor mir ah guckt links vor dir guckt einer hast du ok er ist da am Baum wir müssen hier vorsmoken zu dem nächsten Stein oh shit Nate hat mich erwischt what durch die Smoke wieder halt sie sind alle in der Smoke alle safe hier gibts Thermal Visier ne ich hab ein Folded Schild das werfe ich gleich hoch oh mein Gott oh mein Gott schade oh mein Gott ne aber die haben keinen Thermal sonst finden die das fancy auch durchballen einer close vor dir mhm Hamas scheiße oh die Nate was ein crazy Finale ey krass krass spannende Runde das ist ne geile Zone da auf jeden Fall ja das war mega widerliche Zone what do you mean mega kalt ich fand das super spannend dankeschön tschüss YouTube I never answered and no man I still go 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 yeah go 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 so la das sind